Nach einer Treibjagd bei Basdorf wurden am Freitag zwei Terrier vermisst. Bei den Tieren handelt es sich um einen Heide- und einen Jagdterrier. Einem Anwohner fiel am Morgen ständiges Hundegebell auf. Da er es nicht einordnen konnte, wollte er der Sache auf den Grund gehen. Als der die Hunde entdeckt und feststellt, dass er sie nicht aus ihrer misslichen Lage befreien konnte, alarmierte er die Feuerwehr. Wir wurden alarmiert zu einer Hunderrettung im Steilhang an der Kahlenhardt bei Fürstenthal. Die Lage stellt sich dar, dass zwei Hunde dann mittlerweile am Steilhang festhingen. Nach dem Eintreffen der Helfer entschied man sich, die Rettung der Hunde von zwei Seiten in Angriff zu nehmen. Ein Hund wurde mittels Ruderboot erreicht, eingefangen und mit einem Pkw nach Basdorf gebracht. Der andere Hund wurde von Helfern der Feuerwehr per Seil vom Steilhang gerettet und am See entlang nach Fürstenthal getragen, wo ihn der Besitzer bereits in den Fang nehmen konnte. Außer einem Schrecken haben die Hunde offensichtlich keinen Schaden genommen und sind nun wieder wohlbehalten bei ihrem Herrscher angekommen.